Wenn Kriege enden, dann hält eine lautlose Klinge den Frieden aufrecht. Doch während ein Krieg tobt, ist die Arbeit eines Friedenshüters niemals beendet. Schnell und tödlich. Sie können deinen Kampf entscheiden, bevor der Feind überhaupt lernt, dass sie da sind. Tödliche Tänzer mit zwei Klingen für ihre Tanzpartner. Ihr Wissen kann Legenden zerstören oder erschaffen. Die Tänzer mit zwei Klingen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, hallo. Horne, Arme! Die Wikinger Stämme haben unterschiedliche Bräuche. Das hier sah mir nach Opfergaben aus. Vermutlich baten sie um Stärke im Krieg. Apollion befahl mir, den Weg freizuräumen. Und natürlich gehorchte ich ihr. Die Wikinger sollten wachsamer sein. Ich frage mich, wer diesen Wächter verraten wird. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Dort lagen ihre Boote vor Anker. Oh, hallo. Weg hinauf, dessen war ich mir sicher. Hoden ist vom Weg abgekommen. Das ist traurig. Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. Was tut mir? Hör mir! 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 Es ist trotzdem noch schön hier. Fast geschafft. Fast geschafft. Fast geschafft. Fast geschafft. Fast geschafft. Dienen heißt leben. Dienen heißt leben. Fast geschafft. 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 Fast 않아요. Fastlords. Was ist das Wetter? Was ist die Wetter? Eine Wetter! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hör dich doch! Dreh dich doch mal! Dreh dich doch mal! Hör dich doch mal! Papa! Hör dich doch mal! Menschen alle! Das ist die Zeit, wenn du das hier Doorstuhl von mir erwähnt hast. Na, Junge, versteck's nicht. Bist da reingepackt, ja? So, ich glaub, sie sind alle tot. Wohin jetzt? Ah! Die Kälte wird viele von uns das Leben kosten. Die Kälte wird viele von uns abgeholt. Wahrscheinlich wird Apollyons Dunkelheit bald die Welt umschließen. Die Welt umschließen. Du sollst ihn nicht hinwerfen, du sollst abrollen. Geh doch. Ich muss halt sagen, ich bevorzuge eigentlich diese offene Version des Kampfes. Wenn ich die Taste drücke für diesen Duellmodus, wird mir das Ganze irgendwie zu steif und ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so. Ich spiele das lieber so. Apollion hatte recht. Die Kälte hält die Wikinger ins. Dass sie sich ständig hinwerfen muss. Die Kälte hält die Kälte. Zweifel heißt tot. 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 Die Klans hätten längst einen Gegenangriff starten müssen. Zweifel heißt tot. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Weg ist fast wie ich ihn in Erinnerung habe. Die verliert immer unheimlich schnell die Ausdauer. Der Weg ist fast wie ich ihn in Erinnerung habe. Der Weg wäre tot, wenn dieser Wächter nicht gewesen wäre. Der Weg ist fast wie ich ihn in Erinnerung habe. Es musste einen besseren Weg hineingeben als die Vordertür. Ich hatte schließlich meinen Stolz. Dieser Wächter scheint anständig zu sein. Der Weg ist fast wie ich ihn in Erinnerung habe. Der Weg ist fast wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich habe einen Ausdauer, der Herr, der sich in Erinnerung hatte. Aile! Ich hatte eine Idee. Hineinzukommen war einfacher, als ich gedacht hatte. Wofür das wohl gut sein mag. 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 Da kommt mir eine Idee. Was wohl passieren wird, wenn ich an dem Hebel ziehe? Wofür das wohl gut sein mag. Ich bin der Oberlin! Ovinnurinn er hérna! Oh, war allameirinn um Bjorstvið! Ovinnurinn er hérna! Ovinnurinn er hérna! Ovinnurinn er hérna! Ovinnurinn er hérna! Ich muss sehr vorsichtig sein! Tere Gutt!! Der Lied der Sainte Diablier! Der Lied der Sainte Diablier! Daran sollte ich dann wohl auch ziehen. Wo ist der zentrale Mechanismus? Diese Maschine überstieg alles, was ich Ihnen zugetraut hatte. Seit ich zuletzt hier war, müssen Sie neue Überlieferungen gefunden haben. Oder vielleicht einen besonders erfinderischen Ingenieur. Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug nun sehr aufregend sein. Wofür das wohl gut sein mag? Wofür das wohl gut sein mag? Oh! Oh. Oh! 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 Es bedurfte noch eines Handgriffs. Es bedurfte noch eines Handgriffs. Der Weg ist frei. Beeindruckend. Er mutigt sie nicht noch. Schön! Schnell wie Windhunde, harschig Kopfstahl. Da sind ja auch die 이� Eyes Rammel, الإịch vorhanden, so was da ja. Der Weg ist. Ich durche sehr ruhig, was da ja jetzt aus定obt hat. Die Festung von Sverngard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen.